Hallo und herzlich Willkommen zur 319. Folge The Western Front Armies. Wir spielen mal wieder Sowjets. Wir spielen in 4v4. Kurz konzentrieren. So, und wir spielen viermal Sowjets sogar. Rock'n'Roll D3 haben wir dabei. Den P2A3V oder W4E5 und den Blazing Angel. Ja, und wir haben Burn Baltimore als OKW und Jafar als OKW. Also zwei OKWler, zwei Wehrmacht-Spieler. Und, was, wir haben zwei auf Kader? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und, ja, Wehrmacht zweimal. Weppi Sleppi und Galskid. So, da waren wir stehen geblieben. Psywar. Oh, herrlich. So, was nehmen wir denn mal? Gut, wir werden ISU nehmen. Also, Spanscher-Stosch-Taktik. Wollen wir mal gucken. So, ein MG wird, glaube ich, erstmal... Nee, es wird nicht reichen. Wir werden mit zwei MGs starten. Da er wohl eher nicht auf MGs gehen wird. Dann werden wir nämlich die beiden hier reinsetzen. Dann haben wir zumindest schon mal eine halbwegs gute DEV stehen. Denke mal, das ist ganz OK. Sonst noch eine Idee? Das ist gerade spontan nicht. Das ist gerade spontan auf jeden Fall nicht. Komm, dann können wir sie auch gleich auf fünf gruppieren. Wenn sie denn eh da reingehen. So. About Sniper. Nee. Die Enderie drüben. Okay. Sobald wir das haben. So, wir werden mal überlegen... ... dass wir hier irgendwie... ... ich möchte hier einfach mal eine Mine reinsetzen. So. Das ist gut. Das MG hier als Schutz. Ich denke, das ist ganz in Ordnung. So. Jetzt brauchen wir erstmal Rekruten. Die müssen auf jeden Fall relativ schnell hier erstmal nach vorne kommen. Das ist nicht gut. Die kriegen auch Unterstützungsfeuer. Aber das Haus ist ganz nett. Das werden wir auch erstmal nutzen. Gaube, Mörser wäre auch nicht schlecht. Aber ja auch nicht. So. Da sind unsere Rekruten. Okay. Na gut, hier sieht es nicht optimal aus. Hier auch nicht, aber dafür haben wir die Mitte. Möchte hier eigentlich vor allen Dingen... ... Sicherheit haben. So. Nachhine. Das ist jetzt sehr gut. Wir haben einen Mörser. Oh, 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 oh. Gibt Gas, gibt Gas, gibt Gas, gibt Gas, gibt Gas. Ui. Oha. Hat er den noch abgeschossen. Schwein. Aha. Sind wir in Deckung und du nicht? Oder vielleicht so? Ich glaube, so ist besser. So können wir ein bisschen besser schießen. So, jetzt müssen wir mal auf den Mörser warten. Ihre Befehle, Genosse. Und die vor allen Dingen... Na. Wollte gerade sagen. Da musst du doch das MG wieder greifen. So. Mörser. Was lacht denn der? Da hinten ist er. Na, guck mal. Ich will doch einfach mal hier so raufhalten. Puff. Oh, Mörser ist doch eine schöne Sache. Okay. Sollten wir nochmal gucken, dass wir hier noch eine Mine hinbekommen? Nee, nee. So wird das nichts. Da müssen wir noch einen Modi oder so legen. Das wird, glaube ich, auch geil. Wenn wir den jetzt hätten... Äh. Ich glaube, da werden wir nichts mehr. Ha. Da haben wir noch einen abgeknallt. Na gut. Scheiß auf Molly. Lass mal so rum. So, hier geht man auch rein. Okay. Peng, peng, peng. Na, wir haben zumindest hier so... Ich sag mal deckungsmäßig den Vorteil. Wir müssen das jetzt nur genutzt bekommen. Ah, da kommt jetzt gleich der Mörser. Ah, shit. Ich bin zu spät. Kleinen Tick zu spät. Ah, wenn er den mal vielleicht zwischendurch trifft, das wäre schon glorreich. Hm, 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 ne. Jetzt ist er mal wieder Molly abbrechen. Auch. Mal da raufhalten. Ja, irgendwo gammelt er rum. Ja, irgendwo gammelt er rum. Worauf schießt er? Auf die. Ja. Bin schon dabei. Jetzt läuft er hoch. Leute, wir greifen ab. Ah, jetzt wird er wohl da oben irgendwo rumgammeln. Okay. So, jetzt haben wir endlich mein Krankenhaus. Sicht haben wir auch. Ah, Jungs, ihr müsst Gas geben. Die wollen da über die Flanke kommen. Das ist nicht gut. Ah, da seid ihr ja schon. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Na. Molly. Komm schon. Zack. Das ist gut. Ihr müsst jetzt auch mal abhauen. Ah, ob das so gut war da so durch die Mitte. Ah, müsste passen. Müsste noch passen. Die kriegen die da jetzt auch relativ fix raus. Oh. Alles, kein Problem. Sieht doch super aus. Jetzt können wir uns auch Stoßtruppen organisieren. Das ist auch geil. Hallo. Hört ihr mal auf? Sollt ihr schon weiter raufhalten? Aufmarsch und Feuer frei. Hm. Ja, wir müssten das mal einnehmen, ne? Das wäre mal geil. Was werden dann die machen? Oh, da haben sie hinten eine Basis stehen. Wieso sehen wir die denn? Interessant. Egal. Ich möchte nicht alles wissen. Oh, dafür haben die voll auf den Arsch gekriegt scheinbar. Was ich dafür in der Mitte ein bisschen bright gemacht. So. Ah, die bleiben da auf jeden Fall. Ja. Ha, 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 ha. Tja. Treibstoff. Das wäre super. Oh. Das ist natürlich... ...nicht wenig. Müssen wir mal versuchen eben kurz zu hell fuhren. Da hinten hältst du mal bitte rauf. Ich möchte, dass du diesen Scharfschützen erwischt. Er muss mal sterbohren. Treffer? Wer mir erwischt? Ja, getroffen, aber nicht tot. Leider. Ah. Das hat ihn, glaube ich, auch wieder getroffen. Ah, ist er jetzt tot? Ich bin mir nicht sicher. Das hat auf jeden Fall ein bisschen Platz gemacht. So, wo sind denn unsere Jungs? Aber die sollten ja da aushelfen. Da war ja was. Da war ja was. Ja, was ist da? Sollen wir das einnehmen, sagt er? Wir haben da jetzt gerade nicht viel... ...vorne was nehmen kann. Oh. Monsterleck. Blöde Scharfschützer. Oh, guck mal hier. Kommt ihr mal da, kommt ihr mal da. Schaffen die das? Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Okay. Wir müssen sich mal eben zurückziehen. Au. Ja. Was auch, dass wir abhauen. Was? Der Mörser ist echt noch draufgegangen? Krass. Willst du mir veräppeln? Krass, krass, krass. Musst du mir die ja doch nochmal hier ranholen. Zügig, zügig, zügig. Ganz zügig. Schnell. Such doch mal einfach mal rein. Wir müssen diesen Bereich einsetzen und haltet. Gucken wir mal. Ja, blöde MG. Das blöde MG. Das ist mein Mörser. Finde ich nicht gut. Oh, jetzt zieht sich auch nochmal eben zurück. Hey. Habtchen. Das war gerade sein blöder Mörser. Äh, Mörser sei schon Schaffschütze. Okay, solange das hier so einigermaßen passt. Die müssen jetzt auch nochmal weg. Heilen. Die da rein. Die zurück. Einmal eben neu organisieren hier. Genosse. So. Dann. Bin ich jetzt gerade am überlegen. Ich glaube, eine SU werden wir mal eben bauen. Als Sicherheit. Scharfschützen sind ja da. Ergo. Oh, das ist jetzt natürlich nicht so gut. Scharfschützen sind ja da. Also ist das nicht so gut, wenn wir da jetzt irgendwie Fußtruppen damit beauftragen. Sag ich jetzt einfach mal. Puh. Da müssen wir jetzt aber hier gleich mal, ne? Scheiß Scharfschütze. Da kann man nicht viel gegen tun. Das ist gerade ein bisschen nervig. Ein bisschen sehr nervig. So Jungs, ran da. Ja, Kaduscha-Power. Das ist natürlich auch nice. Wollen wir einfach mal einen Moment stehen. Ja, kommt schon. Irgendwann muss auch mal Schluss sein. Dö, dö, dö. So. Die sind am Laufen. Die sind am Laufen. Na, gucken wir mal. Müssen wir mal eben. Gucken, dass wir den Scharfschützen mal einwischen. Das wäre geil. Kriegst du das hin? Oh weh. Die auf den Arsch kriegen. Kommt schon. Kommt schon. Schieß auf ihn. Das ist viel zu viele. Aua. Das sehen wir gerade sogar noch. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui sind naja schreibt schon nachsetzen schaffen die doch niemals so sind doch total vorrat so na gut eine su wollten wir bauen da sollten wir auch alles andere dauert ziemlich lange puh haben wir schon zwei mgs die uns eigentlich deckung geben sollen aber so richtig das bringt uns das aktuell nicht fischlawiner wow die sollten gerade raus die sollten doch gerade raus das war jetzt jemain gut jungs hier sind alle noch nicht fertig jetzt okay okay die ganzen Typen in Reihe und Glied ja ein bisschen raufhalten rum 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 hatsch so richtig in die Minen sind sie auch nie reingelaufen was das angeht haben wir schon ein bisschen Pech äh alt da ist doch schon wieder jemand das Problem ist machen wir das jetzt naja jetzt ist doch noch nicht vorbei noch ist es nicht ganz rum kriegt ihr das hin oh hier hat gut gesessen aber die von uns auch hmm jetzt wollen sie da einfach lang die Schweine tja versuchen wir nochmal hier schnell das einzunehmen ich glaube zwar nicht dass das dazu hinhaut aber gut aufhalten da bitte ich kann es eigentlich mal auf alles schießen was du siehst das ist schon ganz okay come up jetzt kommen sie da schon mit Airstrike vielleicht auch noch was abgreifen ja schön hm was schafft denn was war das schon ne die war das mäh das war ja dann ein bisschen für den Arsch ho 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 kommen sie schon wieder hier hin hm der Scharfschütze ey wir haben einen MG-Trotter ich hab jetzt auch keine Ahnung wo er jetzt gerade ist hm hm das ist jetzt blöd hätte ich das jetzt mitgekriegt wenn man vielleicht was tun kann aber so ja das war gut das ist nicht so gut ja das muss man ganz schnell weg ja ich hab das schon gesehen da rum fährt die auch oh kommen wir denn überhaupt noch irgendwie dazu das Ding zu bauen ich fürchte ja schon fast eher nicht oh das ist ja nicht so toll da ist er da gucken wir mal boah kriegt er ihn das wäre so das ist ja auch noch ne nicht mal ansatzweise aber das wird jetzt mal gut sitzen auch nicht okay brauchen einfach zu lange brauchen einfach zu lange das hat mal gesessen das hat mal gesessen dafür wird das aber auch sitzen ouch da wird noch gleich mehr kommen so ja klar patch wenn er versucht mal noch wegzukommen dann schafft es einfach nicht also Mensch mal ist das schon ein bisschen gemein tja ich glaube damit ist es jetzt rum also irgendwie kriegen wir hier keinen Vorteil gerade erspielt also mal so gar nicht na toll dann hatte ich mal wieder einen Vollkräffer na komm die paar Punkte die kann man dann jetzt auch noch tryen so gibt das so kriegt er da vielleicht noch mal einen weg raus ja mal toll na ich glaube den kriegen wir wirklich mal weg und bumm der war doch mal schön der war doch mal schön und hat getroffen nur bringt uns das nicht mehr viel leid der ja das ist mir auch bewusst was willst du da tun was willst du da tun molly uff so ein bisschen was hat das da gerade sogar noch gebracht einfach rein da rein da mit biegen und brechen ist das egal au okay da gibt es aber ganz schön viele extrem viele Raketenspinner also wirklich viele Spinner wenn wir mal da so aufhalten kommt schon ja nicht so optimal aber bis zu was treffen wir oh oh es geht garantiert hierhin ja war klar war zu erwarten ist doch noch ein Panzer den wir töten können wow unser arm Pioniere aber wir haben immerhin die BSU auf dem Feld nur leider ist es echt ein bisschen spät aha einmal so dann kommt der ja noch einigermaßen rechtzeitig viel zu spät zu spät zu spät zu spät zu spät zu spät schade was willst du von mir ja und was interessiert das das ist vollkommen egal das macht keinen Unterschied das ist vollkommen egal oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott na kommt schon das ist ja auch noch so irgendwie ich bin long das ist ja auch noch einer egal naja egal nicht aber wir haben auf jeden Fall immerhin ein bisschen was rausgehauen shit das ist jetzt nicht so gut wir würden uns jetzt einfach umfahren hallo darf ich dich mal wieder ausbauen naja jetzt ah 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 ich hoffe der kommt jetzt nicht ran oh Gott hau auf da ja ist optimal ran 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 schnell 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 aber ganz schnell puh kannst du da mal rauf halten das wäre geil so komm äh wo hat der jetzt gerade hingeschossen war nicht wirklich da wo er hin sollte hm kann der zwei jetzt noch ein bisschen gegen halten aber so krass auch nicht mehr tütütütütlü Gehauen, raus. Gehauen. Wie auch immer. Ja gut, das erklärt so einiges, warum wir da so auf den Arsch gekriegt haben. Vom Level her war das ja schon ziemlich bitter. Naja. Naja. So. Punkte und so. Heute noch. Da. Naja. Äh, okay. Ich dachte schon, wir haben wenig Schaden gemacht. Aber okay. Hm. Tja. Was soll man dazu sagen? Würde ich einfach mal sagen, Autsch. Naja, ist halt so. Ich hoffe trotzdem, ihr habt irgendwie Spaß gehabt. Und, ja. Schauen wir mal, wie es im nächsten Spiel aussieht. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.